recht herzlich willkommen zur 88 folge von avorian ja unsere drohner ihr wir sind jetzt darauf angewiesen ein neues schiff zu gründen weil wir kaputt sind weiß ich gar nicht welche nummer unser schiff haben sollte nennen wir da renew ganz einfach und es fehlen eisen super toll ja das ist ja echt schade dass eisen fehlt da müssen wir gucken dass wir jetzt hier erst irgendwo eisen abbauen dann müssen wir da mal hinfliegen da ist ja was wahrscheinlich zu holen wir hoffen dass da auch eisen bei ist machen wir unsere kleine drohner auf dem weg die schnellste ist sie natürlich nicht aber was hat man für eine andere möglichkeit keine ist das näher weiß ich nicht gute frage gibt es alles aber wahrscheinlich kein eisen das titan hier gibt es sagt schon hier gibt es der eisen nenne asteroid entfernung ja wie wir sehen sehen wir dass hier kein eisen gibt nur hochwertige metalle das ganze dann total vergessen ja einmal bitte ein bisschen eisen zwischen mehr also jetzt nicht ich sehe nur grün ist nicht nur weiß es ist ja jetzt da oben da ist einmal eisen gut dann schnell hinkommen ob wir das abkriegen ja das doch mal noch ja das doch einmal du ja das doch mal ja ja Ok, wir warten das mal ran, so nah, ja, gut, wir brauchen mal, ja, keine Ahnung, 500 oder so, ich glaube 500 brauchen wir wahrscheinlich, 186, ja, gut, ich würde momentan aber auch gerade ganz ab, 600, die Musik hört sich so an, als ob wir angegriffen werden, aber werden wir natürlich nicht, ne, sind ja weit weg, würde ich sagen. Na, jetzt haben wir 1000 auf jeden Fall zusammen, ich glaube 500 muss man haben, um den Gründungsstein zu setzen, hm, da kommen wir ja gar nicht dran, da müssen wir einfach vorfliegen, ne, und weg ist er. So, dann gründen wir jetzt hier ein Schiff, ok, das geht jetzt, da sind wir natürlich an keiner Station, das ist auch doof, kommen wir ja jetzt von mir, aber jetzt ist es halt so, so, Baumodus, und, ja, müssen wir alles in grün bauen, oder wie sehe ich das? Ist ja nicht schlimm. So, Triebwerk, so, müssen wir erstmal richtig ausrichten, so. Gauen wir mal so, Steuerung kopieren, und auswählen, haben wir. Ja, so, Größe ist passend jetzt, und Triebwerk ist das. Jetzt müssen wir nur gucken, 406 Triebwerk, hm, machen wir mal so, oder? So, das haben wir schon mal, ist aber zu langsam. Machen wir nochmal weg, machen wir nochmal größer. So, nochmal breiter, ne, ja, nochmal breiter. Höchstgeschwindigkeit, ja, weiß ich nicht. So, lass so, müssen wir denn dann noch. Hülle, Stein, Frachtraum. So, erstmal Quartiere haben. Die wollen wir auch noch hier reinbauen. Ne, machen wir mal so, wieder kopieren, und fertig. Und dann nochmal Quartiere, ne, da sind die. Machen wir mal so. Höhenplatz haben wir, 12. Das ist erstmal genug. Korrekturdüsen. Gerichtete Korrektur, irgendwie rüberlangs. Korrektur, Dock. Was haben wir denn noch? Flugschreiber, neue Nitproduktion. Torpedos. Schützturmbas, eine Schützturmbasiskante. Schildgenerator, ja. Den machen wir mal da hin. Energiecontainer. So, da einen hin. Und da einen hin. Generatoren. Machen wir mal da hin. Und da hin. So. Jetzt sind wir da, schon mal alles super, ne. Jetzt müssen wir uns mal so um den Antrieb nochmal kümmern. Generator. Was haben wir jetzt noch hier? Integrität. Okay, der fehlt uns auch noch. Da. So, jetzt ist das Ding auch super geschützt, ne. Oder das ist das Hyperraumkern. Aber das gibt es auch noch. Hm. Oh, der ist teuer, ne. Dann machen wir die mal ein bisschen kleiner, die Geschichte. Dann haben wir denn noch 1800. Aber wir müssen das Triebwerk auch ein bisschen größer haben, ne. Nein, wir machen erst das Triebwerk. Aber das ist ja. Äh. 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 Dann kannst du erst mal wieder weg machen. Und dann nochmal das Triebwerk auswählen, ne. So. Höchstgeschwindel wäre jetzt auch nicht mehr geworden, ne. Hauen wir nochmal weg. Hauen wir mal ein bisschen breiter. In die falsche Richtung. 28 Meter die Sekunde. Puh. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz. Kommen wir auch mal so. Schub ist zu wenig. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht. Äh. Ja. Korrekturdüsen brauchen wir auch noch. Äh. 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 Spiegelachse ja, aber anders. Ach. Jetzt hatte ich die Spiegelachse ja so beides an, oder was? Okay. Naja. Ist ja gut. Nicht schlimm. Pitchfilter jetzt noch. Spiegelachse da raus. So. Jetzt haben wir das. Machen wir das mal so. Schub, Brammschub und Höchstgeschwindigkeit. Dann soll ich mal gucken, was war hier noch das? Äh. Gehör von langs. Ich glaub den gibt's gar nicht so, ne. Energiecontainer. Wo ist denn das Ding? Das muss da auch nachher irgendwo sein. Produktion. Okay. Energiecontainer-Generator, wenn die Rede jetzt fällt. Ah. Wo ist denn das jetzt geblieben? Chlorophonaux. Ne. Rechte Kulturdien, das ist auch nicht. Ne. Es muss noch was anderes sein. Wer bremst uns denn hier? Wo gibt's doch dieser... Geschütztum-Basis? Nein. Trägheitsdemper. Okay, da ist er. Ah. Da. Machen wir das erstmal rein. So und jetzt fehlt uns nur der Schub erstmal. Da haben wir noch ein bisschen was. Machen wir da unten noch zwei hin. Kopieren den mal gerade. Wollte ich jetzt nicht, sondern wollte das. Dann den und die beiden da drunter hängen. So. Irgendwie kurz mir vor. So, ob das nix ist, ne. Ist das Naminid schlecht oder was für Antriebsdüsen? Gucken wir mal gerade, ob der Titan besser ist. Sieht so aus, als ob das da egal ist. Ausgeschwindigkeit ist immer noch zu niedrig. Wir haben auch noch überhaupt keinen Frachtraum, ne. Kann das sein? Wo ist der Frachtraum hier irgendwo da? Null. Läuft, ne. Schiff wurde automatisch gespeichert. Dann machen wir das nochmal da drunter, ne. Und da? Alter Schwede. Ja. Ja. irgendwie ist es dass man nicht nur die kiste sieht schon komisch aus auch drummer bastel noch so da wollte ich das hin machen und dann in diese richtung komplett so viel haben wir nicht mehr auch schön ist gerade alles was wir an frachtraum basteln können quartiere zwölf jetzt haben wir auch schon zu wenig quartiere dann würde ich mal sagen das schon einmal das und das auch weg 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 so was das hier noch antrieb glaube ja ne kommt auch weg so jetzt wir noch ein bisschen gucken das war ein frachtraum noch mal größer kriegen weil ich sag mal der frachtraum ist es wichtiger war so und den nächsten können wir dann nachher noch darüber machen wir dafür müssen wir ein bisschen mehr maunit haben so jetzt brauchen wir acht und vier ingenieure und das geht sowieso dann erstmal nicht wegen vielen an den ganz so dann wollen wir gucken dass wir hier irgendwo hinfliegen wo eine station ist wo ist eine station das ist die frage ist alles dahinten irgendwie ist es nur unserer station da oder wie sehe ich das das ist ja schlecht nah sie haben wo blipse und das reparatur doch da bleibt uns anders üblich wir müssen dahin fliegen tja jump immer weniger ja ist das nix und gute berechnet roma antrieb auch noch ein bisschen zeit so aufgeladen ist ach so wir sollten vielleicht mal gerade gucken ein paar dinge können wir noch einbauen so wie ein schild booster wo ist denn hier was da antriebs upgrade generator upgrade antriebs upgrade okay das haben wir dann schon mal geschafft machen wir hier rein jetzt können wir ein bisschen weiter fliegen interessanterweise nicht in diese richtung so koordinaten eingegeben kann man da einfliegen und dann müssen wir jetzt gucken wo wir hier hinkommen koordinatorenbruch jetzt springt er schon wieder mit der maus so koordinaten eingegeben ein bisschen drehen und auf geht's so jetzt aber so dann zack zack krug gekriegt so dann mal da schnell hin doch ausgesucht da ist der antrieb schon leer kommt liegt einmal unten dran das passt dann schon so da gehen wir crew erneuern was haben wir denn hier capitaine kommandeur security und andere und andere leute ich glaube vier ingenieure braucht man kann das sein und acht andere gut ach so ja ich weiß nicht ob wir die jetzt angeheuert haben könnte auch sein dass wir nicht genug angeheuert haben weil wir nicht das richtige gemacht haben wir brauchen acht ingenieure ok was Alrighty was läuft hier gerade falsch so wenn nicht genug gekauft dann ist klar Das bedeutet, da mal einen mehr, da weniger, da mehr. Jetzt kaufen wir noch 5 Ingoneure. So, passt. Mal da rein. Das ist jetzt los. Versatzungsmitglieder dieser Position zu weisen, ja. Irgendwas ist gerade schief gelaufen. Eine Crew nicht hingekriegt oder was? Wann nicht anheuern gedrückt haben oder so? Kann das sein? Raus, rein, passt, nicht. Die sind jetzt automatisch zugewiesen. Wir haben aber einen Mann zu viel an Bord. Ja, wo? Ja, machen wir so. Ja, ok. Funktioniert erstmal, ne? So, nochmal F. Schwarzes Brett, kein Auftrag. So. Hat schon super geklappt. Aber jetzt ist Besatzung da. Jetzt ist das auch etwas schneller als Schiff, ne? Kann das sein? Mal bremsen tut's überhaupt nicht, ne? Pitch oben, unten. Aber Schub und so ist jetzt gerade wohl passend, ne? Also, naja. Was wollen wir mehr? Läuft erstmal, ne? So, jetzt. So, wieder nach da oben. Aber wir müssen erstmal bewaffnen. Ne? Aber ich denke mal, die ganze Geschichte mit der Bewaffnung und so, die machen wir dann, ja, in der nächsten Folge, was mir so einfällt, weil dann müssen wir schon wieder Dingens machen. Wie heißt das? Müssen wir neue Quartiere ja auch haben, weil, ne? Sag schon. Weil wir ja geschafft haben, keine Kanonierenplätze und sowas zu machen. Die müssen wir dann ja auch noch haben. Gut, ok. Dann würde ich sagen, machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.